Musik Spiel 3 des Abends. Egal wie der Gegner lautet. Komisch. Jung schwitzen. Es ist wirklich warm in der Halle. Es gibt angenehmeres. Der Ömer hat das Spiel vorher etwas diktiert. Erste Gründer gleich im. Brigato gerechnet. Benno Ume etwas unterschätzt. 2 und 2. Hier sind wir wieder Überraschungen. weil man sich, wie gesagt, sehr, sehr gut kennt. Noch mal Glück auf Seiten des ASV. Und fiel direkt dahinter runter, heißt vier Satzbälle zum Satzausgleich für Walter. Benno Uehm mit 21, zwar auch schon lange, lange dabei, aber die Bayern sollen sich dann doch irgendwie bemerkbar machen. 6-4. Jetzt aber wieder etwas mehr. Ja. Für den Kopf ganz, ganz wichtig, ein positiver Einstieg. Ja. 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 Ganz, ganz, ganz wichtig, nicht nur für das Spiel, auch für...